Hallo, ich bin der Franz und ich zeige euch heute mal ein lustiges Instrument und zwar eine Duo Maultrommel. Duo 1 2 aus Bambus, die stelle ich selber her und die hat zwei verschiedene Tonlagen, kannst du jetzt so spielen, kannst du abwechseln, dann hast du zwei verschiedene Tonlagen oder was noch viel lustiger ist, du kannst es als partherapeutisches Instrument einsetzen. Dazu stelle ich vor, meine reizende Assistentin Christina, mit der werde ich jetzt mal zu zweit das Ding spielen. Wir probieren es mal. Das klappte schon mal ziemlich gut, obwohl wir nicht mal ein paar sind. Ich sage mal, man kann damit ja als therapeutisches Instrument rausfinden, ob man auf einer Welle schwingt, auf einer Schwingung ist und wenn nicht, kann man daran arbeiten. Weil wenn du mit zwei einzelnen Maultrommeln spielst, dann ist es oftmals schwierig, dass man den Rhythmus vom anderen findet, aber auf einem Instrument geht das ziemlich leicht, weil man es einfach fühlt. Und wenn es gar nicht geht, dann kann man auch das Ganze einfach in der Mitte durchschneiden und sich trennen. Wer das gerne probieren möchte, kann so eine Maultrommel und andere lustige Instrumente auf meiner Website bestellen und zwar www.wachtlberger.de ist die Website. Okay, dann euch noch viel Spaß und tschüss. Vielen Dank.